so und da bin ich doch schon wieder da liegt unsere leiche immer ganz kurz hier verdünnisieren dann schauen wir mal 15 stück brauchen war von den gegnern wenn ich bedenke was wir hier alles doch machen müssen weiß gar nicht wenn man das hier durch hat kommt man dann auf die seite auch noch dann macht das dann keinen sinn da brauche ich dafür dann quasi eine andere klasse wenn ich sag jetzt einfach mal lich ging spiele beziehungsweise erst burning crusades und dann lich ging vielleicht keine ahnung von hat wäre mir da euer rat doch ganz lieb das überlebe ich wieder nicht oh gott da ist der knöchelhauer in dem wir eben rein gerannt sind sie muss weil er in uns er ist in dem grund ist die latenz ganz hoch why da ist dieser knöchelhauer in dem mit jener kurs loswerden okay hat er so sehr mir geklappt hey so okay wir sitzen mir da ein bisschen zu dicht aneinander dann hole ich mir lieber den straßenräuber da wunderbar die sich mal weit genug trennen würden ich glaube wenn da einer kommt kommt direkt der andere so ne tun sie nicht sehr gut so 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 du dran so 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 die die auf ab mit eh dann w Editor kommen und weil nach Okay, hat eh nichts gebracht. Ich habe halt hier leider auch nicht so viele Quests gerade. Ich weiß aber nicht, ob und wann wo hier noch Quests sein könnten. Ich muss ja sagen, ich habe hier nie großartig noch welche gesehen, während ich gelevelt hatte. Neun von fünfzehn. Okay. Ja, manchmal, dass ich hier gleich wieder irgendwas reinlatsche. Hinter mir ist nichts. Oh Gott, hier ist tatsächlich noch eine Quest. Ihr müsst ein, Madame. Sollt nicht ruhen, noch rasten. Denn für unser Lagerbier lohnt es sich zu hasten. Es schmeckt allen Männern, es schmeckt allen Frauen. Doch ich brauche noch Hopfen, um das Bier zu brauen. Und wir hoffen, dass man das Bier brauen kann. Seid auf der Hut. Okay. Oh. Ah, Ärger an der Küste. Das kann ich jetzt mittlerweile auch machen. Okay. Nur Bedrohung an der Küste noch nicht. Wann dann nämlich diese Murlocs? Fahrtpüscher. Okay. Das sind dann wieder die. Die Frage ist jetzt, wo kriege ich Kopf näher? Wo kriege ich die Zupfen näher? Ja. Ich weiß hier noch nicht, wo ich sie herkriege. Oh, ein großes Straßenrohr. Wir sind hier nicht. Ich weiß hier nicht. 11 von 15 die glorreiche frage wo krieg ich das apfen her 15 jemals von aus von den feldern aber so kann ich das abgeben kann sie sind beim leuchtturm von westphal leuchtturm von westphal ist dahinten getrieben da hinten ist der leuchtturm von westphal schauen wir mal ich habe hunger ist ein kriecher die tun mir aber nichts war ich ihnen schon mal weiß du nicht der wuss war ich nicht ohne öl wird die flamme nicht lange brennen belohnung wählen heiltrank okay und das andere geht leider noch nicht okay das das hätten wir auch schon wird die murlocs töten die frage ist wo sind diese murlocs wenn auch gezeiten jäger ja tatsache so gezeiten jäger einer tut glaubt das läuft allein deswegen schon, weil wir jetzt ja schon ein Level höher sind das ist zu weit entfernt ich muss näher ran was macht der? ich würde sterben okay, die Orakel ich glaube, das dauert noch ich weiß nicht, wie die töten sie ich weiß nicht, hat er jetzt gerade meins doch, er hat meins widerstanden, glaube ich ich weiß nicht, wie sie sich Oder vielleicht mag der halt einfach kein Eis. Jurake sind hart. Jurake sind hart. So. Gerade einmal eine ganz kurze Pause machen. So. Ich befürchte halt, wenn ich da hinschieße, dass sofort alle kommen. Oh kacke. Aber gut, er trifft wieso nicht. Das ist gut. Die Schatzkarte. Old Mad Eye. Okay. 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 Ich weiß halt nicht, ob ich es mir zutraue, da jetzt einen anzuschießen. Du kacke. Das ist ja eine gute Idee. Aber eher wegen dem hier. Okay. 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 Sollen wir mal wieder umgucken, ob hier nicht irgendwas gespawnt ist. Ich weiß halt nicht, ob ich beide schaffe, ne? Ich weiß es halt nicht. Ich weiß es halt nicht. Okay. Oh Gott. Hilfe! Hilfe! 3 von 4 3 von 7 3 von 4 4 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 16 17 18 20 Amen. Da ist jetzt dieses Old Murg-Eye. Ich fass es nicht. Ich sterbe. Ja gut, der ist sogar drei Level. Ich heule gleich. Nee, da kommt er zurück. Komm, der Mann ist gleich leer. Genau jetzt. Der ist noch nicht bereit. Gott, ey. Nein! Ich sterbe, 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 ich sterbe. Ich sterbe nicht. Ich flüchte erst mal kurz auf die Insel. Ui, ei, 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 ei. Ui, ei, 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 ei. Ich brauche Essen. Alter. Okay, die machen mir aber in echt jetzt auch erst mal Essen und die Seelen sein hier gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020